Grüßt euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Outlast 2. Ich habe im Moment so ein bisschen möglicherweise Probleme mit Bezug auf Videosynchronität, also dass meine Kamera oder das Audio nicht hundertprozentig synken. Ich weiß nicht warum, ich habe es bei der letzten Folge halbwegs retten können. Bin mir nicht sicher woran das im Moment liegt. Ich versuche es zu fixen, aber das kann ein, zwei Folgen dauern, bis ich dann mal weiß, was abgeht. Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt hier weiter. Das ist, glaube ich, dieser Papa Knoff, der da redet. Schätze ich mal. Oder vielleicht einer seiner Tybis. Was ist das? Ne, er ist im Stab. Oh, jetzt we go. What the fuck? What the fuck? Alter, was geht hier gerade alles ab? Was ist denn, Notiz? Okay. Gut, lesen wir das in diesem Menü, da fühle ich mich irgendwie sicherer. Ich weiß nicht warum, es ist wahrscheinlich ein Fehler. Paul, da du Papa Knoffs Ohr hast, bitte ich dich, ihm eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres ist. Der höchste seiner Diakone, Wal, kam heute, noch vor der Sonne zu mir, mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Wal benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet. Doch ich kannte Wal und sein Wesen und hatte Angst und lehnte seine Einladung ab. Wal würde sich nicht erklären und sagte mir, es gibt Orte in unserem Herzen, die Papa Knoff nicht erreichen kann. Doch schien Wal mehr an anderen Teilen meines Körpers interessiert. Ich bat Wal, am Abend zurückzukehren, auf das ich darüber nachdenken kann. Doch sagte ich dies nur, dass Knoff Männer starken Willens schicken könne, die heimlich mit anhören, was sich für Lästerung und Verrat hielt, sodass sie es niederschlagen können. Ich hoffe, Papa kann helfen, denn ich habe große Angst. Ruth Oh, ich kann das hier bewegen. Das ist ja nice, dass ich sich hier bewegen kann. Das finde ich cool. Ja gut, den Text brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Hier ist es dunkel. Bist du dieser Typ? Also, ne, diese Ruth? Oder du? Wahrscheinlich eher dieser... Dieser Paul? Ne, der Typ, der halt... ...zu der Ruth gekommen ist. Oh, alles sehr ekelhaft. Es nimmt alles auf. Hoffentlich ist alles synchron. Okay, hier geht es nicht durch. Ach, hier ist eine Batterie. Sehr nice. Dieses Geräusch beim Aufheben von Sachen macht mich immer ganz uneasy. Oh, da ist ein Schlüssel. Man, ich war hier doch schon. Da fuck. Das habe ich nicht gesehen. Okay. Ja. Das hat ihr, was sie hältst, sein. Aber wie sie hältst, soll ich jetzt... Was sie tun. Oh, das ist nicht so schwer. Oh, nein. Bass in Betriebe warst. Ich werde mich nicht genau wissen, warum. Ich habe keine Ahnung, dass du das tun wollte. Nur ich wende, dass du das tun tun. Ich bin... What the fuck? Okay, was machen wir jetzt mit dem Gefängnisschlüssel? Da unten ist keine Tür, glaube ich. Ist hier beide? Ah, hier! Das schaut doch interessant. Das schaut doch aus. Nein, nein, ich helfe dir nicht, verpiss dich. Okay, wir gehen hier weg. Tschüss! Mach hier zu. Nein, nein, ich will, nein, ich will, dass ihr zu bleibt. Nein, 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 lieber hier auf die Seite. Okay, das schließt automatisch. Das finde ich gut. Bist du dieser Papa Knopf eigentlich, wirklich, weil dich haben wir, also das Bild haben wir schon überall gesehen. Ist das das? Nein. Hier geht's weiter. Oh, eine Leiter und einen Deckel. Nichts Gutes kann dabei rauskommen. Hallo? Äh, das Nachladen. Mach ich das mal? Ja, komm. Wir haben, glaube ich, wie viele Batterien haben wir? Schauen wir mal kurz nach. Ach, nur zwei. Was ist hier? Äh, blockiert. Ist das dieselbe Tür wie vorhin? Würde das Sinn ergeben? Hier ist nix, okay. Gut. Und dann... Warum? Da sind überall Bilder von Christus und von dem Typen. Ne, das sind nicht Bilder von Christus. Das sind, glaube ich, Bilder von dem Typen als Christus dargestellt. Ah, nix. Ein Schrank zum Verstecken. Ein Bett zum Verstecken. Und was zu lesen. Ah, das ist wieder so eine Drecksschrift. Eine Drecksschrift. Okay. Evangelium Sullivan Knops. Die Scheide der Hölle... Öffnet sich mal. Man, das haben wir doch schon gelesen. Valfari Temple Gate. Das haben wir schon gelesen. Aber das ist irgendwie anders. Von der Formatierung her, glaube ich. Ja, dieses Aus und und Schande. Ja, aber das sind... Das sind Sachen dazu. Moment, schau mal das mal. Das müsste eigentlich so besser sichtbar sein. Ja, das ist derselbe Text. Nur mit so großbuchstabigen Notizen. Was auch immer das zu bedeuten hat. Ich kann in sowas keine... Im Normalfall keinen Sinn erkennen. Oh, scheiße. Ja, da müssen wir aufmachen. Und da ist ein Schrank hinter uns. Wenn das kein Zeichen ist... Hallo? Hallo? Scheiße, da kommt gleich einer, oder? Das sind Typen. Was machen die da? Oh, die beten den, glaube ich, an. Kommen wir hier rein? Okay, gut. Schätze ich. Wobei, da ist unsere Frau drin. Soweit ich das sehen kann. Ist auch zu. Hier ist ein Fenster. Oh. Kommen wir hier raus? Ah. Loslassen. Ah ja. Sehr gut. Genau. Oh Gott, Blake. Bist du okay? Nein. Was ist der F***? Ich weiß nicht. Oh, scheiße. Wir müssen gehen. Hey. Da bin ich für. Ah, ich kann mal nachts nicht dann machen. Sehr gut. Ich steuere hier übrigens gerade nicht. Oh, Gott. Was ist das? Mein Stamm. Es tut mir leid. Was ist falsch. Oh. Ich hab ne Vermutung. Das hat mir nem Kind zu tun. Und Vergewaltigung. Ich muss jetzt stoppen. Ich muss nur... Ich muss... Oh Gott. Jesus Christ, Lynn. Was ist hier passiert? Ich dachte, du war tot. Als du zerfst, dachte ich, wir waren alle tot. Das ist okay. Ich bin hier. Wir werden uns aus der Erste, okay? Gott. Was haben sie gemacht? Ich kann nicht darüber reden. Bitte. 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 Ich bin. 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 Was? Ich weiß nicht. Was? Er ist verrückt. Er ist verrückt. Bitte, Blake. Ich will einfach von hier raus. Ich bin pregnant. Was ist mit uns? Was ist denn da? Ich kann. Nicht jetzt. 9 9 Stay back We will retain top I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes No No God wants the child God wants the child Get off me, get off me God wants the child Lynn, Lynn No, you No No You motherfuckers No Get off me You leave her alone Leave her alone Lynn Lynn Fuck you Do it Do it No 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 I'm not You sure I've watched my father fuck your God to death Blake Oh, shh. Man, no! Wait! No, wait! No! 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 Oh! For fuck's sake! Shit! Take her home. I wanna share my love with the father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Oh, shit! Lynn! Oh, God. Lynn! Was zur Hölle ist gerade passiert? Alter. Jesus Gott! Fuck, were they? They called them the heretics. They called Lynn... Mother. It's not just the cult. It's... It's two sides. Christians and... Something else. Okay. Das heißt, wir geraten jetzt hier zwischen die Fronten, oder was? Das heißt, jetzt haben die anderen nicht die Papa Knopf Typen, sondern die von der Frau, die mitgenommen. Unsere Frau jetzt. Also, Lynn. Ich dachte kurz, das wäre Wal, aber Wal ist ja ein Mann. Wal hat irgendwie sowas weibliches vom Namen her deswegen. Oh. Das schaut irgendwie... Ne, das ist nicht die Kirche. Ich dachte, wir sind jetzt wieder da, aber das... Aber hier ist auch so ein riesiges Kreuz. In der Mitte ist auch schon kein schönes Zeichen. Alter, und warum ruckelt es hier gerade so? Keine Ahnung. Ich kann sich im Wasser verstecken. Okay. Na, duck dich! Okay. Ich kann mich hier im Wasser verstecken. Es ist so schön. Oh! Nein, 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 nein. Segras? Das ist mir ein bisschen... Das ist das direkt vor mir. Segras? Halt, nein. Nein. Nein, nein. Geh weg. Kann ich hier unter Wasser schwimmen? Das ist mir was. Okay, du schaust dich da hinten um. Das heißt, ich gehe hier lang, wenn du es nicht ausmachst. Okay. Geh mal hier rein. Jetzt kann er. Kommen wir hier zu. Außerdem, hier kann man abschließen. Sehr gut. Okay, wir müssen wieder mal die Batterie nachladen. Ah, jetzt ist da hinten einer. Öffnen wir ja trotzdem mal das Fenster. Ah, jetzt kommt der da lang. Warte. Scheiße. Da drüben ist, glaube ich, nur ein Haus neben uns. Kommt der jetzt in unsere Richtung. Okay, nein. Geh mal hier rein. Oh, nein. Nein, nein. Scheiße, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wir müssen nachladen. Scheiße, scheiße, wo lang? Hier, hier. Hier, hier. Ja, hier. Hier, hier. Ja, durch. Ich- еньke. Nein, 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 nein. Oh, ich. Oh, nee, wir sind in so einem Klassenzimmer. Nee, das ist jetzt wie hier in der Dämon. Das war scheißgruselig. Nein. Außerdem ist es ja verschissen dunkel. Okay, wo gehen wir raus? Hier kommen wir gar nicht raus. Nice. Was ist denn das für ein weißes Licht überhaupt? Das ist dauerhaft irgendwie so ein weißes Licht. Und Sekunde, lass mir mal kurz, ich mach jetzt mal hier. Das heißt, Moment, das weiße Licht scheint ja so Halluzinationen auszulösen. Das haben wir gesehen in der Mitte von der letzten Folge, wie die ganzen Dorfbewohner dann nichts mehr gemacht haben, was Sinn ergeben hat. Einfach nur gekniet und irgendwelchen Unsinn gebrabbelt. Ich glaube, das passiert im Moment auch mit uns. Aber wir hatten das ja am Anfang auch. Und woher kommt dieses weiße Licht? Sind das Papa Knopfstypen oder die von der Frau oder what the fuck? Okay, vorwärts. Das schau. Oh, Jessica. Oh, Jessica. Sorry, you should have, you should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. You don't know what to do. I'm so sorry, Jessica. Was soll das jetzt bedeuten? Okay, das ist gruselig. Jessicas Abschiedsbrief. Das heißt, Jessica hat sich umgebracht? Warum? Ja, hier ist auch so richtig heftig Licht. Hier ist ein Foto. Aber da ist auch eine Tür. Scheiße. Okay, erst das Foto. Okay, also irgendwas scheint bei dem in der vierten Klasse ganz schlecht gelaufen zu sein, weil Jessica hat sich ja scheinbar umgebracht. Ich habe keine Ahnung, wer von den beiden Lin ist. Die schaut irgendwie mehr aus. Zumindest von der Haarfarbe her, glaube ich. Und das in der Mitte sind wohl wir. Alter, wir haben ja richtig einen Psychoblick, aber die beiden anderen schauen auch nicht so gut aus. Okay. Aber warum hat sich Jessica umgebracht? Hat das mit uns zu tun? Oder mit Lin? Und deshalb irgendwie der Antichrist? Weil der Papa Knopf hat ja gesagt, dass sie den Antichristen in sich hat. Scheiße. Responsibility. Okay, hier geht es nicht weiter. Das ist schon mal eine gute Sache. Das ist schon mal eine gute Sache. He he. He he. What the fuck geht hier ab? Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es beim nächsten Mal sehen. Ich weiß, das ist ein bisschen ein fieser Cliffhanger, aber die Folge ist von der Zeit her eh schon gut zu Ende. Ja, und ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, meine Unterwäsche zu wechseln. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Outlast 2, wenn wir dann scheinbar weiter diese komische Halluzination haben. Aber ich finde das irgendwie cool, muss ich sagen. Aber warum hat sich Jessica umgebracht? Am Anfang haben wir das Gespräch. Wir haben irgendwie an Jessica gedacht und da war viel Blut. So scheinigartig. Und der Typ ist weggegangen. Keine Ahnung. Ja, ich habe null Plan. Vielleicht wurde Jessica auch vergewaltigt, weil das scheint ja hier ein ganz großes Thema zu sein von dem Papa Knopf, dem Kult, den Christen, dieses Kind Satans angeblich, das Lin im Bauch hat und all so einen Schmarrn. Und ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, es wird beim nächsten Mal ein bisschen mehr Klarheit reinkommen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Outlast 2. Und bis dann sage ich Tschüss, Leute.